so guti ja mal gucken ob wir die tausend menschen finden ich bin gerade durch ein loch gefallen was das geht bevor du da hochgegangen bist hier ist ziemlich unten ja vielleicht ist hier doch noch was oder ach hier ist eine vase ich habe noch ein 15 leben sondern gehabt das was wir auch knapp die ist angekommen werden ich habe es auch noch ein bisschen aber auch das heißt es wird jetzt echt dunkel das geht ist jetzt zumindest die konturen der treppe da scheint echt mal was zu sein hier wie witzig ach ein kristall na soll einfach mal aus der sehne runtergeplumpst ach jetzt sind wir wieder hier ok ok na dann dann kommen wir jetzt doch wieder auf den hauptfahrt uns ist hier wahrscheinlich jetzt gar nichts mehr ich hab das echt nicht gesehen das loch da am boden ist doch gut ist aber noch ein kristall dazu gekriegt so jaja es hat so seine momente das spiel wo es mir wirklich wirklich spaß machen will aber dann manchmal ist es da wieder so ein bisschen unfair ja das ist das finde ich auch echt schade also es könnte so ein gutes spiel sein aber ich finde es packt einen trotzdem an mir so ein bisschen ja hallo geht es hier nicht raus sollte will nicht ich habe auch gar keinen marker mehr jetzt ach doch der zeugt hier runter hier ging es weiter ach ja stimmt nee nicht da runter sondern hier rechts äh links mal wieder zurück ja also der marker zeigt mir hier lang du dass es hier weiter geht saps hä nee das ist doch nur ein secret ich bin jetzt auch gerade verwirrt wo meinst du links da ging es ja nirgends mehr also jetzt jetzt rechts hier achso ja der marker zeigt immer noch hinter uns echt ja da soll es weitergehen jetzt auch verwirrt aber hier geht es doch weit na gut vielleicht hat es nur gesponnen wegen der quest nicht dass wir doch irgendwas übersehen haben nö glaub nicht ich glaube nicht ja jetzt zeigt er wieder hier hin ganz komisch und ich habe keine heilung mehr da ist wieder ach das ist ein mensch was quatscht da 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 warte warte lass mich nein upsala oh bin ich immer auf dich getreten sah so aus ups boing aber es ist ja nix klein vieh macht auch misst na hier können wir wieder skillen wenn wir das und ne leiche haben wir da ja ganz kurz mal ich will mal was checken usch was macht denn der nächste äh der radius ne der wind nimmt zu gegner werden länger in der luft gehalten mit größerer schadenswirkung zu boden gerammt ja aber ich möchte es gerne warte mal kann ich das gedrückt halten vielleicht ne das einfach nur hebt in die luft schwebende gegner leiden zusätzlich schaden wenn sie getroffen werden das ist doch doof die schweben vielleicht eine halbe sekunde was willst du da großartig mehr schaden verursachen hast du denn auch schon verbessert die fähigkeit ja ich habe alle drei kristalle rein also effizienz weniger mana braucht es der radius des sonnewinds effekt ist erweitert und schwebende gegner leiden zusätzlich schaden wenn sie getroffen werden aber die schweben ja du hast ja gesehen die schweben echt nur so ganz kurz und batsch knallen so auf ne ist total doof das ist wirklich doof naja dann brauche ich nix feuerball will ich ja nicht skillen obwohl das vielleicht gegen skelette gar nicht mal so schlecht wäre so kumpel was gibt es denn ich war wahrsager im königreich deyfeld ich sagte denen die zahlen konnten die zukunft voraus das geschäft lief gut doch eines nachts hatte ich eine vision der tyrann von kala mohr verlor verzweifelte und schloss einen pakt mit den dunklen mächten ich rannte zum palast wollte den könig warnen als der tyrann und seine dämonen angriffen tja vielleicht ist alles ein bisschen zu spät ah was war der kann man denn mit dem typ da reden? nö hm? was meins? das geräusch gerade ach so das waffegewechsel brumm brumm ich dachte mir schon was geht denn jetzt hier ab das ist immer voll böse vor allem die keule hier die dürfte gar nicht so so ching machen ah feuer ich brauche feuer da hat sie sich hier gerade auf den rücken geklebt auf dem rücken geklebt? ja da hier guck mal da ist noch ne vase ich brauche die mal lieber kaputt haste? ach mana toll äh das ist doof mhm jetzt wieder viel zu wenig hier ne? oah ja deswegen das ist echt bescheuert boah sag mal wir müssen doch bald mal level 2 durch haben hier das ist ja unglaublich heftig ne? wie lang das geht vor allem mhm sieht aus wie eins der Fässer mit der silbernen Flüssigkeit die die Vaga getrunken haben dieses üble Zeug das sie in Monster verwandelt das Zeug das wir gemäß deiner Freundin Seraphine trinken sollten sie hat nur eine Möglichkeit aufgezeigt wenn es richtig schlimm kommt dann zieht man alles in Erwägung egal wie unangenehm es ist taktische Grundlagen taktik hat mich nie groß interessiert ist mir klar ha ich wär dagegen oder? also ähm wie gesagt es gibt ja zwei Enden ne? ich wär dagegen dass wir's trinken oder? ja ist besser aber es wird halt äh schwerer dadurch ne? das können wir ja schon oh 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 warte ich komm den led ich habe gar kein Fläschchen doch schmeißt das nicht aber das ist aber jetzt auch da wieder so eine Stelle ne? kommt's hier rein und direkt los direkt und vorher keine heilung wieder kein fläschchen weil ich mache das bleibt stehen kurz ich hätte gern aber das wäre jetzt besser glaube ich ich hab echt nur noch jetzt nein mein Schild ist kaputt mini 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 Balken Au Au die penner sind noch viele das wird gern mal ein Schild die Bogenschützen machen mich hier fertig ich glaube jetzt kommt einer auf mich zu gerannt hab schon hab ich ihn anledigen können heute hat Mana verloren kommt da schon wieder einer ich traue mich gar nicht zu gucken weil wenn es einmal auf mich geschossen wird sterbe ich direkt das passt schon aber gut zurecht hier ja ja das neue Armbrust für mich cool oh das ist mal nicht schlecht gut zeigt ja ja allerhöchste Teil so ich glaube du kannst rauskommen ich habe alles gemetzelt ne da ist noch einer oh da sind noch ganz viele oh die laufen grad auf mich zu das könnte nützlich sein das könnte nützlich sein oh hier ist ja eine Lebensenergie flaschieren das ist großartig ich heil mich mal direkt ja oh ich bin tot was mein Flasch ja ich hab ein Flaschchen komm her komm her ich hab ein Flaschchen da hat jemand gelegen lauf durch lauf durch oh nein sprinten mit x schnell aufheben schmeißen schmeißen schmeiß schmeiß ah danke das war jetzt wichtig jetzt bin ich hier fast tot ähm ich hab gleich da wieder oh ich bin tot es ist doch unglaublich man kommt hier nicht weg von beiden Seiten prügeln sie auf einen ein ja das macht keinen Sinn ich sterb jetzt mal ja es ist so lächerlich es ist so lächerlich dann kommen halt wieder tausende ne ja und man hat nicht mal vorher die Möglichkeit gehabt sich äh voll zu packen mit Kram ja also man das Geheimnis halt ne ich verstehe es halt nicht ja ja gut aber ja wenn wir dann nicht runter gegangen wären dann hätten wir ja noch äh volle Heilung und so gehabt ja ich verstehe halt das Balancing nicht was soll denn das das macht überhaupt keinen Sinn einmal ist es dann ganz moderat und auf einmal wieder bam 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 kriegst wieder die Hucke voll ja was jetzt hä achso sieht aus wie eins der Fässer mit der silbernen Flüssigkeit ja Flüssigkeit kannst du behalten mhm so äh wieder keine heilung aber ich werde diesmal gleich na halte ich lieber zurück ein bisschen ah jetzt hörte mal auf zu hauen du Penner Gesicht ja ich bin tot ja ich muss erstmal in den äh ein archis vorbeikommen ok danke ah bleibt doch mal stehen ihr Penner jawoll ah 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 kann Mana mehr oh oh bleib hinten bleib hinten ich mach das ja ein bisschen Mana wäre ganz schön und heilung die Bogenschützen machen mich so nass hier die ganze Zeit das ist so lächerlich einfach die Treffen halt permanent du kannst nichts tun sie treffen und treffen und treffen die Treffen und vor allem die äh in meinen Augen viel zu viel Schaden ja total unlogisch ja ich mein Kopf abgesäbelt hier das sind nicht gerade wenig ne kann das sein ja da kommen immer mehr gerade ja genau das siehst mich nicht mal und trifft mich aber schon ne kommt denn da so eine Deckung vor und trifft direkt das kann nicht sein da muss ja erstmal anvisieren nein muss auch nicht nein nein er wird durchschießen die ganze Zeit ich hab da echt keinen Wert drauf gelegt ob das äh einigermaßen relativ ist oder nicht ja weißt du was du kannst mich mal mit deiner blöden Deckung man kann nie zu viele Heiltränke haben ja ja kümmer dich doch um diese Wolken schützen hier so ein Fläschchen dich holst du mir mal zack mana das ist gut noch hab ich ja ein Schild als mein Notfall kann ich wieder blocken ja ich weiß doch ob das es so schnell kaputt geht ja das ist fast schon es gibt einfach zu viele Sachen die blöd sind ja leider das könnte so ein gutes Spiel sein ja oh oh dann gleich tot wieder soll ich schon mal in die Nähe kommen oder besser nein nein brauchst nicht hab noch Halt dran gehabt ganz gut und Bam's Kopf ab boah da kommt immer mehr dann komm mal lieber vor vielleicht muss man so ein Trigger machen ich hab ja Fläschchen für den Notfall oh komm mal alles voll wieder hier alles voll das ist unglaublich ja mit dem Blitz kriegt man das ja ganz gut in den Griff ne magst du sie woher weiß sie was englisch ist hm hm ja ich dachte machst du sie englisch oder gut durchgebraten boah hau mich doch um Hilfe im Essen Fleisch hm mach sie ja gar nicht oh 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 nein Mana leer ah da liegt was oh es hört nicht auf guck mal da kommen immer mehr komm das mal vorrennen ein Stück ja einfach vorrennen weiter 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 da runter da runter aber die kommen wahrscheinlich hinterher ne joa es passt wie jetzt hat nichts gebracht neun ich bin tot da liegt ein Fläschchen von wir oh man so ne kacke dacke boah jetzt bin ich nicht tot oh 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 ich hab keine Heidung mehr nein nein lass mich doch dort durch man guck mal ob ich irgendwas finde aber wahrscheinlich nicht ich glaube das wird wieder nichts ne das ist nämlich gerade das Problem dass hier überhaupt nichts mehr ist oh oh komm Leute es ist mal gut jetzt boah das ist so lächerlich die kommen echt unendlich ne ah na toll ja ich kann nicht heilen ich suche ein Fläschchen joo ho genau ich hab gar nichts zu tun gerade ich kann ja Fläschchen suchen moin ey guck mal ja hallo wie denn bitte es geht nicht wo soll man denn hier lang es kommen 10 Milliarden Gegner einfach mal ja mh am besten wir warten einfach und kloppen die alle kaputt wir stellen jetzt jetzt in die Ecke und müssen halt alle herkommen oder ja das Problem ist nur wie viele sollen dann noch kommen wahrscheinlich ist es jetzt echt wieder so dass es äh dass man tatsächlich zu irgendeinem Punkt latschen muss ja es kommt wieder so ein Trigger wahrscheinlich ja ne nicht abbrechen ooooooh also ich sag ja so stellen die Versaunsmänner immer wieder nein ich wollte nicht trinken nein ich trinke ooooh wir können es gleich nochmal sterben lassen du aber das ist halt das Problem ähm mit diesem mit dem Slack halt ne ähm weil mit dem Zeug ist es halt total einfach ja ich merk's gerade ich hau die einmal und die sind tot ja da guck mal warms und da sind die Gegnerwellen tatsächlich auch recht lang warte ich schau mal ganz kurz ah ne ok ne ich brauch eine Balliste halt die Schnauze ich wollte nämlich mal gucken wo es hier irgendwo vielleicht weiter geht weil das kann ja wohl nicht sein äh es kann nicht sein dass das Spiel so unfair schwer ist an der Stelle wenn man das Zeug nicht trinkt oder? ah ich glaub die wollen schon so ein bisschen dazu bringen dass man's macht ja aber das ist doch bescheuert dann wahrscheinlich hat man's nur an der Stelle jetzt und dann ist später ebbt das eh wieder ab der Effekt oder? nö es kommen so ein paar Stellen wo man das halt äh trinken kann okay und die dann auch wenn man es nicht macht halt äh ja dementsprechend nicht ganz einfach sind uah 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 alter Schwede die hauen aber auch was weg es ist so lächerlich aber ich hab hier auch einen ganz guten äh den ganz hier der Zauber hat schon was drauf kostet nur recht viel Mana ja es ist natürlich echt hart das ohne dieses Slack zu überstehen ah es ist schon mies das stimmt so ja also mit Slack war es eben total witzlos ne mhm ja das ist schon krass das hat ihn erledigt ach ja ach es wahrscheinlich so trink's lieber, trink's lieber, dann wird's leichter ja ich glaub das sollen ja auch äh so ein bisschen hier dazu verführen äh das böse zu spielen sag mal diese Bogenschützen die tauchen immer ab bevor ich schießen kann das ist ja ja